Jetzt geht's gleich los. Noch ein paar Minuten und dann fast nackt in Franken. Und ich bin auch schon so fast nackt in Franken. Endlich mal den Popo vom Heismann. Den wollten ja schon so viel sehen. Und mehr gibt's dann erst später, so späterer Stunde. Los Montagspart in der Komödie. Jetzt noch kommen, jetzt noch dabei sein. Karten an der Kasse lösen. Hello!